Ja, I'm on the outside Unser Teamname ist Knock, also K-N-O-C Weil man kann nicht mehr als Führungsstamm haben Genau, von Knockout Falls ich jetzt immer in den Kommentaren lesen muss Das sieht ja noch kacke aus mit dem Elemental Ja, ich weiß, ich verändere das noch, Leute Das ist nur die erste Version des Tech-Tapacks Ja, wo bist du? Hier, so, guck mal dahinter So, genau Ja, wir müssen jetzt noch einiges retten, aber das geht Und dann direkt, ne, du warst schon an einem Baum Und wie ich es gesagt habe Es simuliert halt einfach sowas wie Combat, beziehungsweise Waren Und, ähm, ja Da rennen mehrere hin, wir müssen uns beeilen Wir sollen, wir müssen die erste und die zweite Schwerter Gehen ein bisschen nach rechts Okay Dann entfernen wir uns ein bisschen von dem Ich gehe an dem Baum hier Ja, ich seh's Los geht's Okay, ihr seht ihr von unserer Taktik Fuck, fuck, fuck Ich bin dann so ein Gras zwischendurch gekommen Okay, mach, mach, mach So, du solltest genug haben Okay, gut Hier kriegst du noch ein Ja, ich trock das erst Oh, fuck, ich hab Jetzt das erste Schwerter Nimm das Da hab ich nicht Du musst noch mal drüben Schwer, ich stelle da hin, ist einer Flick, drop, drop Okay, komm Ah, fuck, komm rein, holen wir Ja, die holen wir Pass auf, von oben, von rechts, komm rein mit Schwerter Der hat nur Holzachst Okay, den holst du Ja, den hol ich Nee, 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 nee Okay, hab ihn Nice Huh, der hat, fuck Der hat den First Hit gelandet, aber ich hab ihn trotzdem bekommen Der Spinnenleben Ich glaub, es gibt es Kids oder so Achso, ja, Moment Ja, Moment, ich hab hier das Schweinefleisch, ja Ja, ja, genau Oh, wie viele Kills haben wir? Du hast einen Ähm, einen Und du zwei Ich hab zwei Ich hab den mit Holzschwert getötet Ja, wir haben leider ein bisschen lecker gedauert Gebraucht Hättest, ähm, ja genau Gebraucht Hättest du nicht den Grasblock dazwischen Ja, dann hättest du direkt beide Schwerter craften können Egal, macht nichts Ich kann ein bisschen später als du an Ja, ja, wir ausfallen das noch aus Dann hast du noch aus Versehen Das, äh, ganze Holz getötet Ja, das Ja, das Holz erst, weil ich so hektisch war mit dem Schwerter Irgendwann hab ich das Schwert auch mal reingesammelt Ich töte noch Schweine, ne? Ich bin noch hier auf der Ebene first Ja, ich seh ich mich Ja, komm mal zurück Der hat auch schon gedacht, doch, 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 den töten wir Der hat einen Holzschwer痛, ne? Ok, rennen wehren, alle klar Ja, aber ich will den haben Der hat gut Fleisch Man kommt, wie viel hast du? Du auch, das ist Alfredo Also, ich hab bestimmt 20 oder so Das ist ja ich dann auch, wenn du nach Batacastik Ne, hab ich nicht unten wo ich brauche ein bisschen so jetzt bin ich doch hat ihn ein dritter kill Leute hat drei Holzschwerter ja dann scheint auch zu sehen werden welche da sind welche glaube ich nichts ich weiß nicht können wir uns ja nur bei der erste die Leerung von dem glaube ich ne noch nicht vor allem aber noch von dem mit Holzschwert glaube ich oder so ich weiß es nicht aber auch schon er wird er wusste was auf der Weile vielleicht sind ja doch ein Schwert ich denke schon dass er ein Schwert hat hier ist auch ein abgefällter Baum wir müssen aufpassen oh da ist Zuckerrohr das ist zwar eigentlich relativ man darf kein First Hit landen lassen wenn man keine Rüstung hat ja landen lassen also ja okay ich hab 18 Volksschop ja okay lass einfach weggehen der wird schon ja okay lass ein bisschen weitergehen noch ein paar Schweine auf dem Weg mitnehmen ja genau ich guck mal ab und zu nach hinten aber das ist echt schön hier mit dem ganzen Schwein so könnte hier ein Combat sein ja echt ja ich ist alter jetzt boah ist das massig aber wie schnell in so einem Projekt das so lange geht ne wie viel man da in einem langen Kampf beta wirklich wenn man bis dahin halt kommt da verbraucht man mindestens einen halben Steckfleisch okay ich hab 35 Leute mein Schwert ist fast kaputt ja ich hab noch eins meinst du aber auch fast kaputt ja ich hab meine weggeschmarrt ich hatte noch welche aber ich hab die weggeschmarrt achso ja egal wir gehen jetzt eh unter die Erde komm ja genau noch ein bisschen Holz fahren ja mach das ich geh schon mal hier suchst du mal Zuckerrohr einfach aus Gewohnheit schon mal abbauen ja ich hab auch zwei damit man sich dran gewöhnt nicht zu mal an die Grenze ne ne wir bauen uns hier in den Berg in diesen Hügel rein ja weil wir haben schon mal gemeldet dass man da nicht sterben kann mhm na Tom wüsse ich nicht ne dis so gar nicht na so hier ist auch direkt Kohle immer wenn ich mich irgendwo in die Erde reinbaue ist direkt Kohle da baust du dich normal rein oder hier hier komm 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 ach hier da ja Moment ich mach ein Crafting Table ich komm mich grad nicht entscheiden welches Fleisch ich esse dann hab ich mich und ich baue ne genau mach mir auch bitte eine direkt damit wir hier äh ja ich geb dir direkt ne Stein ah nice ich halte dich mal ich halte mal ich halte dir mal den Rücken frei falls der Typ kommen sollte ja 1 2 3 1 2 2 3 ok nice Flo wir müssen uns machen wir haben nur noch 40 minuten 1 2 3 2 3 3 ok ich hab den Crafting Table mitgenommen guck mal ich brauche das mal so voll auffällig mit Kölz und vielleicht drehen dann halt wir müssen eine Höhle und sein in dieser Graslandschaft wo bist du denn ich sehe dich nicht ach da ist schon die Border das ist doof ach da bist du das da hinten noch dann lass doch anders hin gehen dann lass doch anders hin gehen dann lass so ein bisschen rechts halten ja genau lass hier ein ja 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 dieses Knockout auf dem Schwern ist so sexy ja wir wollten halt das Texturenpaket werde ich jetzt auch immer verwenden um mich schon mal in dieses Faithful ja ja äh ok das gute ist dass viele irgendwie dieses ok jetzt auch durch Varro da jeder da Faithful ganz viele Schweine wieder ja die Drop makes extrem viel irgendwie ne das machen sie immer das sind einfach extrem 3 3 Fleisch davon oder so ja gibt's doch immer also nicht immer aber ja aber die Chance ist nur mal ach ja wir können das eh kein Damage machen ne doch hier schon nein ach so ja aber hinten ja hinten schon aber kein Damage machen ja dann lass mal hier hin anstatt es dann direkt auszustellen ja juckt die juckt sie nicht ja komm hier muss ja irgendwo ne Höhle sein ja hier ist ne Höhle ich hoffe da war noch keiner ja ne ich hoffe auch also Schweine das wir Schweine vorleben ist schon mal eine gute Zeit 45 Schweinefleisch ja ich 9 3 geil geile Höhle ne warte guck mal da hinten da wo wir her kamen war da unter dem ah wird eh nur ein bester Tempel sein oder ne ich glaube aber das wird nicht ne ist ne Höhle ne große Höhle oh jo oh jo oh jo NÄ ne einfach so ne Unterhöhle ne ich hasse sowas ey wir müssen weiter ziehen wir brauchen ne Höhle da da ich hab eine ne das ist ne unter Wassersee ne das ist ne inter Wassersee willst du mich eigentlich komplett verarschen ne ob da irgendwie ein Höhleneingang ist wir gehen nicht in diesen komischen wald rein da finden wir nichts Obwohl, vielleicht Bin am überlegen Oh, Chickens, mitnehmen Ja, Chicken, nimm mal mit, wegen Federn Ja Hier ist auch Sack, direkt Keys Schauer verbrauchen wir nicht, hier ist ne Hülle, ich hab ne Hülle Nice Wir sind sogar, ja, das sind mehrere Hüllen Ja, ja, das ist gut, wir nehmen den, wir nehmen den, ja Schönes Hüllen-System Eisen Oh, hier ist direkt Eisen Nimmst du mit, ich geh schon mal weiter kurz Wir sollten Fackeln machen für die Zuschauer Ja, genau Ähm, ich such mal Kohle Okay, oh, ich bin hier nur weitere Hülle gekommen Hier ist auch noch Eisen, ja, mach mal Fackeln Ja, sofort Du hast ja Kohle, ach, ich hab auch Kohle Dann kann ich auch welche machen, sofort Ich hab nur kein Holz, wie viel Holz hast du? Oh, ich hab noch einiges Sechs normales und zwölf Gut, dann Planks Ich bin hier grad einen anderen Jungen weiter Ja, warte ganz kurz auf mich, bitte Ja, hier ist, kommt zu mir Hier ist viel Hüller Ja, ich will eben nur ein bisschen Kohle haben So Ein bisschen Kohle, weil Ein bisschen Kohle, weil Ohne Kohle läuft gar nichts Ja, hier können wir direkt einen Lager aufbauen, würde ich sagen Super provisorisch für Essen braten Ein bisschen Iron Ja, hier geht's richtig massiv Gut, dann machen wir hier einen Lager Ja, dann lassen wir hier einen Lager Ich baue ein Crafting Table Ja, nee, warte, ich hab Crafting Es ist zu spät, hättest du doch eher gesagt, ey Ich sag mal extra, ich baue ein Ja, ich hab's zu spät realisiert Ist ja manchmal Okay, Bau, du hast du auch genügend Koppel für den Ofen? Ähm, nee, ich hab gar keinen Koppel abgebaut Okay, dann baue ich ein paar Öfen Kannst du mir auch ein bisschen Holz gehen für Fackeln? Äh, ja Weil ich ja gerade aufnehme Und da brauche ich Licht Ja, ich komme Ich nehme eben hier noch das Eisen mit So Leute, falls ihr euch jetzt denkt So, das kann man auch alles anders gewinnen hier Ja, aber wir wollen einfach simulieren Wie das in Combat sein wird Und da wird das genau so ablaufen So, ich fang auch mal aufmachen Ja, ich fang auch noch ein bisschen Koppel Geh da mal kurz weg Wir haben ja extrem viel Fleisch Äh, ja Oder So So, das Eisen brennt schon mal Eben haben wir auch schon gut aufgeräumt Draußen Noch ein Start, aber gut Ein paar Kills haben wir Boah, so Hier ist nochmal Iron Iron Hier ist ein Spinner So Oh, hier sind drei Spinnen Der Border, Alter Das hört sich für mich so komplett falsch an Als ob Drei Spinnen Drei Spinnen Und ich kriege Drei Seine Ja, ich habe einen Bogen Nice Ja, nimmst du das Eisen gut Das ist immerhin etwas Ähm Hast du schon Essen in den Öffn? Da kriege ich meine Füße in den Öffn Super Habe ich So Eisen So wie schaut's aus Mit Eisenschwerdern Ich mach mir mal Eisenschwert und Eisen Pickaxe Ja Weil So schnell wird uns Denk ich mal Hier geht's noch dicht runter Hier ist auch noch Eisen Nice So Also wenn er so in Combat laufen würde Also das wäre perfekt Boah, das wäre perfekt Also erstmal schön Spannende Oh ey, hast du schon Eisensachen? Hast du schon irgendwie Eisenschwerter? Nee, noch nichts Okay, dann fahren wir mal eben zusammen Ich mach mir schon mal eine Postblätter No Du musst mir noch Holz geben Bitte Weder habe ich Fackeln noch habe ich Ich hoffe, das reicht aus Sonst nicht Ich habe noch einiges Ich gebe Zumindest Ja, geil Ein Eisengroße Eisen Boah Voll der Zungen-Sprecher Zungen-Sprecher? Interessant Helder Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, dass ich da unten Ne, du warst gerade da unten, ne? Ja, ich glaube ja Also Spieler sollten hier keine andere sein Ich glaube, die hätten uns schon lange angegriffen Ja, ich war gerade nur ein bisschen Ich war dieses Knockout Du hast ja jetzt doch ein Hashtag dahin gemacht Ja, natürlich Auf die Schwerter schon Oder auf den ich Ach, im Namen Ja, obwohl auf den Schwertern sieht es gar nicht mehr schlecht aus Nein, tut es auch nicht Ne Ist ja selbstverständlich Ja, wir haben vorhin noch das Für die Ja, okay, vorhin vor der Aufnahme Vorhin Nicht für euch vorhin Das Texturen-Paket hat der liebe Drogen noch erstellt Genau Während ich mich um das Combat Organisatorische Einladungsteil gekümmert habe Also keine Angst Ich habe nicht irgendwie gezockt Nein Nein Oh fuck, wir sind nah an der Border Dann Fünf Blöcker Ja, lass mal Anders Lol, ja, die wurde kleiner Kann es sein, dass sie dauernd durchgehend schrumpft Glaube ich nicht Ich glaube immer nur, wenn das da steht, oder? Ich weiß es nicht Weil eben war die noch weiter weg, ne? Also ziemlich weit weg Irgendwie 40 Achso, ne Keine Eisen, ja? Ähm, ne, ich weiß Okay Ach, ich habe hier noch 10 Eisen Das habe ich doch gerade gefarmt Ähm, geht die Hüte Ich brauche Fackeln Ah, meine ganze Kohle habe ich verbraucht Aber hier Ich habe noch eine Ach, guck mal, hier oben geht es doch Hier geht es noch überall weiter Ja, gut Wir sollten uns vielleicht auch mal auf die Ebene bewegen Ich glaube, das wäre ganz Naja, wäre ganz Praktisch Ja, obwohl Ja, ich meine, im Moment haben wir noch nicht voller Eisen Also ich meine Ja, ich meine, wir Würden die, glaube ich, auch so platt machen Würde ich uns auch zutrauen Ne, würde ich uns echt zutrauen Ja, ich, ich, ich oder so Ja, ähm Und ich meine, ich konnte auch immer auch Equip-technisch an Ja Mein, hinterher killen wir einen, der schon die Erschwert hat Oh, die Border ist echt nah So nah war die gerade noch nicht Jo, 15 Blöcke, wir müssen weg Bau die Ölfen ab Ich habe ein bisschen Angst vor der Ja, bau die Ölfen ab Mach ich Fug, die ist echt nah, man kann die schon sehen Ja Ich baue ein Scheiße, bau die ab, bau die ab Ich baue ein Crafting-Table ab Okay Okay, wir müssen raus Okay, los geht's Ja, der Spielmodus Ja, es ist ein Gemetzel Äh, fuck, wo kamen wir lang? Ach ja, ich habe es zugebaut, alles klar Achso Ähm, hier oben genau Ähm, hier oben genau Ja, komm, mach ich Sicher? Jo Ja Fünf Fuck Was passiert hier? Weg hier Flo, komm Bau ab, bau ab Nein, ja, du gehst mir den Weg Renn Oh mein Gott, das war Loll, guck mal, wie knapp das war Ja, wir sind auf einmal an der Ecke Guck mal, wie knapp das war Ja, ich seh's, ich seh's Und hier sind überall Oh, jo Darauf hab ich gerade Ja, komm, einfach weiter, einfach weiter Ja, folg zu mir Ich hab noch neun Eisen Die müssen nicht schmelzen Die kommen nämlich dauernd näher Ja Wir müssen jetzt hier irgendwo Mein Wald oder so schmelzen Ja, warte, lass erst mal voran Ein bisschen Ja, hier Sonst stehen wir ständig unter Zeitdruck So Hier Äh, hast du irgendwie Feile, ne? Weil ich hab ja einen Bogen Oder kann nicht Nein, hab ich nicht So Lass uns mal hier hinstellen Wir leben auf jeden Fall noch einiger Man entfernt sich auch gar nicht mehr Wow Ich hab drei Skelette gekillt Und hab eins Okay, wir sind 116 Das reicht das mal Wo bist du? Ich bin bei 150 Blöcken entfernt 150? Ja 20 Äh, 40 Blöcke sind nicht viel Ja, ja Aber da bist du schon weiter Ja, dann kommen wir hier hin Ich hab Ah, hier sind so viele schöne Skelette Wo bist du? Weiß nicht Ich bin hier jetzt auf offener Fläche Ach, ja Ja, lass dir nochmal die Spinnen Guck mal, da sind drei Spinnen Vielleicht krieg ich die für dich auch Vielleicht hier ist ein Holzbatten Ja, den hab ich da hinten geplantet Den hatte irgendein Typ gedrückt Okay, da oben ist eine Hexe Ich versuchte vielleicht Ach, guck mal, da steht unser Crafting-Titel Maybe I will get Äh, war hier nicht vorhin noch Ein bisschen Dring-Frommit War hier vorhin nicht noch Dank für die Wasserflaschen Ey, war hier vorhin nicht noch Direkt eine Seite dran, irgendwie? Okay, lol Ich hab Hier war eben der Kampf Als ich den mit dem Holzschwert geholt habe Das weiß ich nicht Ja, ja, eben nicht Ich dachte irgendwie, da wäre eine Seite Okay, dann lass mal hier Äh, Lager machen Bauen Hier ist auch noch eine Höhle übrigens Ja, wollen wir rein? Ne, jetzt lass Äh, wir könnten uns einen Wassereimer mal machen Fuck Ja, okay, hier ist auch nichts So, ich bin Full Iron Okay, dann plant er noch mal bitte Öfen Ich hab auch noch neun Eisen Ungebarten Okay, gut Öfen, plant Öfen, du hast sie Ja, mach ich Ich entferne die Zombies Okay Kann losgehen Boah, die Wohre ist, die geht echt Okay, mach ich Ja, hast du noch ne Cola? Ähm, ja Aber ansonsten hier ist noch Cola Ich hab dir gedroppt, 15 Stück Achso Ach Gott War mich dann Thorben hat alles dabei Ich hab nen Bogen gedroppt bekommen Nice Nice Also der ist schon fast kaputt Aber ein paar Schüsse kann ich damit abgeben Hier ist noch ne Sprüge Ich hab hier auch noch Guck mal, ich kann dir auch noch Hast du noch nen Koppert? Ja, ich hab sieben Sieben Ja, nice Das ist gut So, dann hab ich mal zwei Bögen gemacht Ich hab allerdings nur vier Pfeiler Ähm, okay Ich hab auch Wo bist du? Wo bist du? Ja, ich bin kurz ein bisschen Richtung Border gegangen Ich töte gerade zwei Endermans Okay Na, beide haben keine Enderperle gedroppt Ach, wieso hab ich denn hier keine Cola reingesetzt? Ich weiß tatsächlich nicht, was viele Die jetzt im echten Warum mitgemacht haben So gegen Endermans haben, wenn man Full Iron hat Ja, ne? Die machen nichts, um ehrlich zu sein Und Creeper später auch nicht mehr Nee, ja, okay Man sollte jetzt nicht an der Schlucht stehen Okay, ich bin genau Full Iron Okay, scheinbar kein Nein Ich hätte gerne noch einen Wassereimer gehabt Wie viel Eisen hast du noch? Keins, ich sag doch Okay, dann lass mir noch das Dann mach ich mir einen Lavaeimer Hä, du hast noch was? Ja, das ist drei Ah, ne Wenn das durchgebracht ist Achso, ja, ne, mach dir lieber den Wassereimer Das ist richtiger Ne, ein Lavaeimer ist cooler Ja, aber Wasser Ach, okay, ich mach mir Wasser Lavaeimer benutze ich sowieso nicht Ja, ich benutze die Solltest du üben, in der 1 ist es eins Hier ein Bogen für dich übrigens Ich hab doch Achso, ja, dann kann ich das so Ja, ne ganz Ach, hast du aufgesammelt Ach ja, hab ich Dankeschön Bitteschön Ähm, sonst noch irgendwas hier Wo sind meine Pfeile? Als ob ich keine Pfeile habe Bin nochmal kurz auf Skelettjagd Ja, ich geh auch Wir können gemeinsam Ich meine, die Öfen Im Endeffekt Auch weil gemeinsam wahrscheinlich nicht so Ja, ne Effektiv ist Ne, ne, ich hab mich entfernt Achso Aber ich will ja auch Pfeiler Nicht, dass du mir alle wegsnaggelst Oh, ich bin Level 10 Ich bin Level 9 Oh, hier ist das Spawn Da ist aber noch Skelett Oh, und Chickens Entschuldigung Das heißt, ich könnte mir gleich Wenn ich ein bisschen gravel Ey, du hast doch Federn Wir haben die doch mitgenommen, oder? Stimmt, stimmt Ne, sind auch mal Chickens Und ich hab ja auch ne Bisschen gravel Ich krieg jetzt auch ein bisschen Pfeile durch Die guten alten Skelette Aber jetzt muss ich auch ein paar Ich hab Zwei Ja, wenn du mal kurz zu Wie viel? Zwei Ich hab acht Immerhin Oh, da ist noch ein Skelett Wenn du mal zu mir kommen möchtest Ja, ich bin da Ah, ne, da ist ein anderer Was? Hier ist ein anderer Wo bist du? Das wird schwer Okay, ich hab ihn Hab ihn in der Combo Das sollte mein Kill sein Jawohl Full Iron war der Wie viel Leben noch? Ähm, noch fünfeinhalb oder sechseinhalb Okay, hatte der noch Eisen dabei? Ja, hatte der Oh, nice Dann könnten wir uns noch ein Eimer machen Dann hat jeder ein Wasser Eimer Boah, Gott sei Dank hab ich realisiert Dass das einfach ein anderer war Ja, aber auch nur weil ich gesagt hab Wo bist du? Ich seh die nicht Ja gut Ich bin da immer vor Du wärst dagegen Neben gegangen Auf einmal so Wo bist du? Sag mal deine Koordinaten Ich bin bei Ne, das dürfen wir doch nicht veröffentlichen Hä? Äh, 60 minus 50 60 minus 50 Okay, ich komme Wir werden es in Combat sowieso machen Dass wir nicht länger als zwei Folgen an einer Stelle sind Und immer im Voraus produzieren Ja, genau Ich mein Mit den Koordinaten Wenn du da mit Facecam aufnimmst Ja Dann kannst du jemanden drüber Ja, ich Daucke ich es ab Dann kannst du jemanden drüber platzieren Und ich werde dann irgendein Logo oder so nehmen Dass ich vorsichtshalber da Immer in die Ecke klatsche So Äh, wo ist denn mein crafting table? Meist, der hat auch ne Eisenspitzhacke dabei Das ist doch gut Hattest du noch keiner? Ne Ähm So, ich mach dir einen Eimer Hier Kannst du den direkt mit Wasser befüllen? Hab ich Da ist er Meister, ne? Kein Ding Ach, jetzt hab ich mein Crab wieder eingesammelt, ey So, das kann ich Oh, ich krieg grad wenig Kies Ich krieg wenig Kies Alter, jetzt würde ich mir so aus den ganzen Technik Monster Modpacks Die ganzen Teile, die Aus Kies locker Gravel machen können Die wünsche ich mir jetzt gerade Ey, aus Kies Gravel Brauchst du eine Wasserflasche? Ja Was Kies Gravel, warum nicht? Ja Komm, Kau Wie viel Feuerstein hast du? Oh ja, willst du dir nicht ein cooles Servage? Ja, hab ich auch gerade gedacht Da ist einer, das sind zwei Flo, Flo, Flo Wo? Warte, 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 ich kraft mir jeden Pfeiler Die haben Nein, 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 nein Doch, doch, sichern jetzt Die kommen, die kommen, die kommen Okay Wir müssen uns auf einem Fokussieren Der Doofmann, okay? Vorsicht, mich kräft einer an Ja, ich weiß Ich nehme den Doofmann, den habe ich in der Combo Der ist weg, der Doofmann ist weg Der Doofmann ist weg Der Doofmann ist weg Ich muss, der braucht noch ein Hit Ich hab drei Herz Ja, renn weg Ihr habt den Doofmann, ich komme zu dir Renn weg, renn weg, renn weg Ja, ich renn auf dich zu So, jetzt komm, Dreh um Ich hab ein gebetet Okay, komm drauf Schön, schön, schön Ich muss eben essen Okay Ich hab ihn einen mitgegeben Ich hab ihn scheiße erwischt irgendwie Hab ihm einen Bogenhit gegeben Ah, Mist, fast Der hat den Pfeil aufgesammelt Oh, hier rechts ist, links ist einer Links zwei bei unserem Lager Ja, komm weiter, komm weiter Wir nehmen den jetzt erst Ja, die werden uns Verfolgen Huh, ja, jetzt werden die Border klein Wird er wieder stressig Flo? Jetzt oder nie Ey, 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 ey Warte, warte Ich brauch deine Hilfe, echt Ja, renn, renn Oh, nice Okay, ähm Wo sind die anderen beiden? Die verfolgen uns nicht Okay, alles klar Dann Nix Ja, ich will eben ein Crafting Table Fuck, die Border kommt näher Die Border kommt näher Egal, gerade Okay Ich hab grad sowas von Schnudder Weil ich will Pfeiler Oh, fuck Kannst du noch Federn Kannst du noch Federn? Ja, ich geb dir gleich Ja Gib mir Federn Gib mir Federn, schnell Okay, okay, okay Hier Zwei Stück Ja, ich hatte ein paar Warte kurz Ich hab ja auch noch grad welche verschossen Dahinten sind die Komm, wir müssen die holen Flo Boah, das ist ja jetzt richtig geil Flo, wir müssen die fokussieren Das sind auch Nicht die letzten Okay, wir müssen uns Einen von denen schnappen Die Flieger, aber Die Flieger Der hat mich Nee, er renn weg, er renn weg Hol ihn dir Pass auf, von hinten Von hinten Von hinten Kriegst du Deinen? Ja Nice Okay, jetzt komm Hab ihn Ja, gut, gut, gut Gib ihm noch einen Hab ihn Noch einen Noch einen Komm, komm Hast du die eigenen Du hast noch nicht die Effekte Wenn man einen trifft, ne? Nee, hab ich nicht verändert Das muss ich auch noch machen Ja, das würde ich noch mal machen Ja, wir begrenzen jetzt an die Mauer Den holen wir uns Los geht's Ich hab ihn noch mal Alter, wie viel er leben will denn Danke Nice Sammel die Items ein Okay, weg von der Border Okay, wie viele Kills haben wir denn Gut Dann schöne Kills Gute Kills Also wir haben gut gekämpft bisher Ja, Leute Freut ihr euch auf Combat? Kriegt beim Meisterteam zu Team Knockout Geht an den Startball Oh ja Ähm So Ich hab jetzt keinen Fall mehr Hä, wo ist denn die Border hier? Ich dachte, die wär gerade noch so nah gewesen Du hast keinen Fall mehr hier, komm her Ja, ich hab viel geschossen Lol, danke Hä, hab ich dir nicht gerade schon elf gegeben? Ja, aber der Typ hat anscheinend auch welche Ach, der Typ hat anscheinend Wieso haben die denn damit nicht geschossen? Gut, ich hatte kurz drei Herzen nur noch Aber dann bin ich Ja, ich auch Ich auch zwischen euch Da bin ich kurz gerannt Dann bin ich Die haben sich irgendwie voll komisch immer auf den anderen mal funktioniert Ja Als du fast down warst Hat der sich auf einmal auf mich fokussiert Nein, nein, nein Soll ich dir sagen, warum? Ich war im Wasser und hatte eine extrem gute Hitbox Ich war unter dem Ach so Und hab den an Land immer wieder geschlagen Zweimal, glaube ich Okay Dann hat der aufgegeben bei mir Und das war gut Sonst wär ich down gewesen Okay, wo bist du? Wo sind die anderen jetzt hier? Ja, das ist die Frage Wir laufen einfach hier rum Ich werde die Farbe nicht da Okay, nur noch ein anderes Team Oh Gott, die haben beide LP im Namen Das kann ja nur heißen, dass die schlecht sind Moment, ist der gestorben? Ja, okay Schade gegen Dillent ist der gekämpft So, wir müssen uns den Rundensieg holen hier Naja, klar Das wird dann Oh, vor meiner Augen Ach, da ist noch ein Chicken Ja, ich könnte nochmal kurz Gravel fahren Äh, Flint Ja, stimmt Hier ist noch unser Gravel-Vorkommen Ich hab eins wieder Unser Gravel-Vorkommen-Vorkommen Die sind doch irgendwo unter der Erde Die können sich nicht hier auf der Map versteckt haben Wir haben die Map abgesucht quasi Ja, wir bleiben jetzt einfach hier Die Border kommt extrem nah Wir bleiben jetzt einfach hier Farmen noch ein bisschen Pfeilchen Ja, wir sollten uns vielleicht am Spawn so hinterstellen Flo, dann haben wir unendlich viel Zeit Ja, vielleicht könnten wir gleich auch nochmal einen Flinten-Steel bauen Ja, brauch ich eigentlich nicht Ja, ich kämpfe eigentlich auch nie damit Komm Warte, ich will hier eben nochmal Auf jeden Fall war es gut, dass ich den Wasser halber gemacht habe Naja, eben Boah, ey, dieses Feuer musst du dringend Ich hab keine Federn mehr Ich weiß Hey, das hat doch welche getroppt Ich hab auch keine Federn mehr Das Hühnchen hat welche getroppt Also Leute, wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt Als ich gebrannt habe Mein Feuer ist extrem hoch Das muss ich noch umstellen Ja Mh, das hab ich beim Texture Pack noch nicht gemacht Wie viele andere Sachen auch noch nicht So, Flo, wir werden das bauen Aber es ist die erste Version Das testen wir dir ja Stell dir mal vor Wir würden, äh, ja Wir würden die erst So, keine Ahnung Eine Woche vorher Boah, das geht einfach schon 30 Minuten lang Krass, ey Ehrlich? Ja, das kam mir überhaupt nicht so vor Überhaupt nicht, ey Ja, XXL-Folge Ich denke mal, wir werden das eine oder andere nochmal Dieses machen Das ist natürlich nicht nur das Es ist schön Da, 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 da Da sind sie, Flo Wo? Hier, rechts, rechts, rechts Da Der, die Erschwert Die haben beide, die Erschwerte Egal, wir haben Bögen Ich glaub die nicht Wollt mich nicht zu weit vor Fuck Okay, Flo, zurück, zurück Ja, ich hab ihn in sein Feuer geschlagen Den nächsten leider nicht Was passiert, ich? Ja, ich nehme mir Ich nehme mir den Ich nehme mir den Ich nehme mir den Hab ihn, hab den ersten Ja, ich verfolge den anderen gerade Okay, ich darf Ich hab nur zwei Herzen Also Den ersten hab ich down Ich hole mir das Diaschwert Von dem, hab's Okay Oh, fuck Der hat mich in die Lava platziert Geh weg, geh weg, geh weg Renn weg, renn weg Nachrichten Ich hab fast full life Okay, nice In welche Richtung bist du gerannt ungefähr? Ach da, ich sehe euch, ich sehe euch Okay, ich komme Den holen wir uns Boah, ich bin da voll angespannt Ich weiß nicht, wieso eigentlich kriegen wir den ja lokal Ja, eigentlich ist genau die Situation wie gerade Geh nicht zu nah dran, der hat ein Diaschwert Vergiss das nicht Ja, ja, oh Ach Gott Ja, trotzdem Ich hab keine Chance, selbst wenn ich draufgehe Ja, klar, aber trotzdem Ja, okay, wir wollen die Runde beide gewinnen Ach Gott, der war ganz knapp Ja, hab ihn Der war ganz knapp Oh, nice, Leute GG Ja, ich würd sagen Wie viel hast du? Ich hab nur vier, lol Ich hab am Anfang die ein Oh, nice FKs Ja, ich würd sagen Team Knockout hat Combat gewonnen Minecraft Combat Das war's Bis zum nächsten Mal Bis Combat 2 Hoffen, es hat euch gefallen Ging relativ Sagen wir's so Team Knockout hat den ersten Schlag aus Hat zum ersten Schlag ausgeholt Und hat den Schlag auch Voll versenkt In schwarze getroffen Stell dir mal vor So läuft's bei Combat Mit elf Kills am Ende Und der Sieg Das war richtig cool Weißt du, dann hättet auch keiner rum Das hat auf jeden Fall noch richtig Spaß gemacht Ja Team Knockout Freut euch drauf, Leute Es wird eine geile Zeit Auch die wahre Vorbereitung schon, glaub ich Oh ja Und ich denke mal Es wird noch weiteres von diesem Rebo kommen Ja Hat Spaß gemacht Ja Ja, Leute Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da Schreibt mal in die Kommentare Hashtag Knockout Ja Abonniert, um nichts mehr zu verpassen, Leute Wir sehen uns bei der nächsten Folge Vorm Bad Wars oder Varo Training Bis dahin Haut herein Und Au tschau Tschau